Heute für euch, der wahre Grund, warum Narcissa Malfoy Lord Voldemort hasste. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Es mag für einige überraschend sein, aber es ist keine neue Info. Narcissa Malfoy war alles andere als ein großer Fan von Lord Voldemort. Tatsächlich mochte sie ihn nicht unbedingt und hegte auch keine besonders positive Meinung von ihm. Stattdessen interessierte sie sich mehr für die Rolle ihres Mannes im inneren Kreis des Dunklen Lords. Sie glaubte, dass es ihre Pflicht als Ehefrau sei, ihren Mann zu unterstützen, so wie es jede Ehefrau tun würde. Aber versteht mich nicht falsch, Narcissa Malfoy war keinerlei eine moralische Koryphäe und sie stand auch nicht gegen alles, wofür die Todesser eintraten. Ganz im Gegenteil. Sie war eine Verfechterin der reinmütigen Magie und verfolgte den Glauben ihrer Familie, dass die Zaubererwelt gereinigt werden müsse, durch die Wiederherstellung der reinmütigen Zauberer und Hexen. Wie du vielleicht weißt, stammte Narcissa aus der Black-Familie, die Befürworter der Reinheit der Blutlinien waren. Von allen drei Schwestern hat sie es wirklich geschafft, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Nicht nur in Bezug auf die Auswahl des richtigen Partners, sondern auch in Bezug auf die Wahl der Liebe. Sie heiratete den Mann, den sie liebte und gleichzeitig enttäuschte sie nicht ihre Familie in Bezug auf ihren Glauben. Bei ihren Schwestern sieht das Ganze ein wenig anders aus. Schauen wir uns ihre beiden anderen Schwestern an. Zum Beispiel Andromeda, die Ted Tonks heiratete. Wir alle wissen, wie das ablief. Lange Geschichte kurz. Sie wurde aus der Black-Familie verstoßen und ihr Name wurde aus dem Stammbaum gestrichen. Das Positive daran ist, dass sie aus Liebe geheiratet hat, also hat sie wenigstens etwas erreicht. Einen von zwei Punkten, der wichtig war. Die Liebe, aber leider nicht den Glauben ihrer Familie. Also was heißt schon leider? Eigentlich ist es ja gut. Bellatrix hingegen ist genau das Gegenteil. Sie heiratete einen passenden Partner in Rudolfus Lestrange, aber nicht jemanden, den sie liebte. Daher war dies sicherlich nicht die angenehmste aller Ehen, wie ich es mir vorstellen kann. Sie befolgte also die Regeln ihrer Familie und ging nicht auf die Liebe, sondern auf die Blutsreinheit. Narcissa hingegen hatte, wie bereits erwähnt, beides. Glück und die Unterstützung für Lucius in allen seinen Entscheidungen. Einige von euch haben möglicherweise bereits bemerkt, dass Narcissa keine Todesserin war. Jeder andere im inneren Kreis saß am Tisch im Herrenhaus von Malfoy und war ein Todesser. Aber Narcissa hatte nie das dunkle Mal erhalten und das hatte einen bestimmten Grund. Sie wollte nicht ihr ganzes Leben dem Dienst an Lord Voldemort widmen. Sie strebte nicht danach, dem dunklen Lord zu dienen und sie wollte nicht, dass ihr Hauptzweck im Leben darin bestand, in der Schuld des dunklen Lords zu stehen. Und das ist auch irgendwie verständlich. Ihr einziges Ziel bestand darin, sicherzustellen, dass es ihrem Sohn Draco gut geht und er eine gute Erziehung erhält. Die Qualität dieser Erziehung ist jedoch äußerst zweifelhaft. Sagen wir mal, sie gaben ihr Bestes. Lucius Malfoy war ein Todesser und sogar Voldemorts rechte Hand für eine gewisse Zeit. Aufgrund der prominenten Position ihres Mannes glaubte Narcissa zeitweise, dass Voldemort der Mann sei, der Veränderung in der Zauberer Welt herbeiführen würde. Doch das änderte sich, als sie die grausame und unversöhnliche Seite des dunklen Lords sah, die sie zuvor nie erkannt hatte. Das lag daran, dass Lucius nie wirklich am Ende davon war, bis Voldemort wieder an die Macht kam. Tatsächlich wusste Voldemort die ganze Zeit über, dass Lucius' Loyalität schwankte und dass er nicht wirklich auf seiner Seite stand. Er war sich bewusst, dass Lucius sich jedes Mal für sich selbst oder seine Familie entscheiden würde, bevor er den dunklen Lord und seine Wege bevorzugte. Wie wir alle wissen, konnte Voldemort das einfach nicht akzeptieren. Das zeigte sich, als Lucius nach dem ersten Zaubererkrieg seine Verstrickung mit Voldemort öffentlich leugnete, indem er behauptete, unter dem Imperius-Fluch des dunklen Herrschers zu stehen und nicht wirklich nach dem dunklen Lord zu suchen. Lucius zog es vor, nicht nach dem dunklen Lord zu suchen, sondern führte lieber ein bequemes Leben mit seinem Job im Ministerium und mischte sich in Hogwarts ein. Während die Dinge für Lucius beim ersten Mal angenehm und gemütlich waren, war Voldemort bei seiner Rückkehr zur Macht nicht so nachsichtig und bestrafte ihn für sein Versagen, die Prophezeiung nicht zu erhalten. Er war sowieso sehr wütend auf Lucius, weil dieser ihn nicht gesucht hatte und so musste Lucius mit den Konsequenzen leben. Dann zwang der dunkle Herrscher Lucius, seinen Sohn in die Angelegenheiten einzubeziehen, indem er Draco scheitern ließ, damit er auch ihn bestrafen konnte und somit Lucius. Narcissa, die immer aus dem Schatten ihres Mannes beobachtete, konnte die Behandlung der beiden Menschen, die sie liebte, nicht tolerieren. Sie appellierte erfolgreich an Severus Snape, um ihres Sohnes Willen, was dazu führte, dass Lucius aus Azkaban entlassen wurde. So musste ihre Schwester mit ansehen, wie ihr Sohn im zarten Alter von gerade mal 16 Jahren versuchte, dem Druck standzuhalten und ein Todesser zu werden. Draco versuchte, dem Ruf seines Vaters gerecht zu werden und wurde tatsächlich der Todesser, der er zu sein glaubte. Du wirst bereits wissen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Voldemort erneut Narcissas Mann bestrafen würde. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass sie die Gelegenheit ergriff, als sie sich bot und dabei zwei Momente der Tapferkeit zeigte. Der erste Moment ereignete sich, als sie Voldemort direkt ins Gesicht schaute und ihm fälschlicherweise mitteilte, dass Harry Potter tot sei. Obwohl sie ganz genau wusste, dass Harry Potter lebte, log sie Voldemort direkt an. Wenn es eine Lektion gibt, die man aus Voldemort ziehen kann, dann die Erkenntnis, dass man ihn nicht anlügen kann. Dennoch schaffte es Narcissas überraschenderweise, den dunklen Lord zu täuschen und ihre Gefühle zu unterdrücken. So konnte Voldemort sie nicht lesen und er fiel auf ihre Täuschung rein. Somit konnte sie ihre Behauptung bestätigen, dass der Junge tot sei. Sie war sich bewusst, dass Harry die einzige Chance darstellte, den dunklen Lord zu besiegen. Ihre Loyalität hatte Narcissas schon lange vor diesem Moment zu Lord Voldemort aufgegeben. Aber dies war die erste konkrete Aktion, die sie unternahm. Es bedurfte nicht viel, um Narcissas ihre Loyalität zu Lord Voldemort aufzugeben, denn ihre Familie wurde bedroht und misshandelt. Und wie wir alle wissen, ist Familie für sie das wichtigste gewesen. Vor allem ihr Sohn Draco. Ihre nächste Handlung bestand darin, sich zu weigern, an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und sich stattdessen nur um das Wohlergehen ihres Sohnes Draco zu kümmern. In Wahrheit sehnte sie sich nach dem endgültigen Untergang des dunklen Lords und wollte keinesfalls in einer Welt leben, in der diese Person Anführer war. Darüber hinaus war sie klug genug, Harry Potter zu unterstützen, auch wenn sie selbst nicht aktiv an der Schlacht teilnahm, obwohl sie anwesend war. Das bedeutet, dass die Beweise für ihre Unterstützung offensichtlich waren und Harry Potter hätte niemals bestritten, dass sie ihm geholfen hat, da dies nicht in seiner Natur lag. Obwohl Draco seine Lektion gelernt zu haben scheint, hat Lucius nicht einmal nach Voldemorts Niederlage eingesehen, was er falsch gemacht hatte. Selbst nach seiner Gefangennahme und Befreiung aus dem Gefängnis, sowie nach dem Ende des Krieges, wurde er nicht dorthin zurückgeschickt, obwohl er eindeutig der Verbrechen eines Todessers schuldig war. Lucius äußerte weiterhin seine Missbilligung gegenüber Muggelgeborenen und allem, was sie umgab. Er strebte nach wie vor eine Blutsgesellschaft an und es würde mich nicht überraschen, wenn er den nächsten aufstrebenden und mutigen Zauberer unterstützen würde, der Veränderungen herbeiführen möchte. Dies ist etwas, von dem ich glaube, dass Narcissa es dem dunklen Lord noch mehr verübelt hat. In den ersten 13 Jahren von Dracos Leben zu sehen, dass diese Ideale ins Wanken geraten, war für sie nicht recht. Nochmal ein kleines Fazit am Ende. Lord Voldemort behandelte Narcissas Mann Lucius nicht gut. Er behandelte ihn nicht nur wie einen Untertan, sondern verspottete und bestrafte ihn auch. Ähnlich wie Peter Pettigrew. Die fehlende Loyalität von Lucius zu Voldemort machte die Situation nicht gerade besser. Um Lucius noch mehr zu bestrafen, nutzte Voldemort alle möglichen Mittel und natürlich auch seine größte Schwachstelle, sein Sohn Draco. Natürlich war es aber nicht nur sein Sohn, sondern auch der von Narcissa Malfoy. Narcissa gefiel die Behandlung von Voldemort natürlich auch nicht und deshalb hegte sie einen großen Groll gegen den dunklen Lord. So kam es dann schließlich auch dazu, dass sie ihn verriet. Nun, nachdem das gesagt wurde, ist dieses Video soweit beendet. Es kommt nicht völlig überraschend, dass sie nicht sein größter Fan war und ich hoffe, dass ihr nach dem heutigen Video nachvollziehen könnt, warum das auch so war. Falls ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.